hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video in diesem video werden wir die achterbahnteile sand strahlen und lackieren wir haben die teile soweit alle fertig das hier ist der wagen komplett auseinander gebaut wird auch alles schön gestrahlt und dann lackiert so Achtung! So, nachdem wir alle Teile gestrahlt haben, werden wir jetzt anfangen die Teile zum Lackieren vorzubereiten. Die ersten Schienen sind schon in der Kabine und werden gerade lackiert. Das ist nasse. Das ist schön. Vielen Dank. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du weißt nie was denn. Ne, du kippest. Ein anderer Kopfkopf drüber, oder? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018